Ich freue mich immer, wenn ich gleich fünf Rollen auf einem Sitz besetzen kann. In diesem Fall geht es um die fünf Mandarinis in Episode 1. Und neben mir sitzt jetzt Likang Ryo, der tatsächlich alle fünf auf einem Stück spielen wird. Ja, und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Die Frage ist, was motiviert dich, gleich fünf Rollen auf einmal bei so einem verrückten Projekt zu spielen? Ja, verrückt, wie gesagt, das ist ein Stichwort. Deine Ideen sind immer sehr verrückt. Ich möchte mal wissen, wie das in der Prä-Arbeit so richtig aussieht, wenn ein Person fünf Rollen spielt. Interessiert mich immer und möchte mal wissen, wie das Ganze abläuft. So viel kann ich sagen, es wird eine Greenscreen-Aufnahme. Auf den freue ich mich auch, weil ich habe mich auch immer gefragt, wie das geht. Ich freue mich auch, weil ich mich auch immer gefragt, wie das in der Prä-Arbeit so richtig aussieht.